Baliwipes mitten in Salzburg. Wir waren übers Wochenende im Hotel Gerl und konnten nicht anders und haben die Highlights für euch zusammengefasst. Genau, wir sind von Wien aus mit dem Auto nach Salzburg gefahren, dann am Freitagnachmittag angekommen, haben dann direkt den Wellnessbereich genossen, der echt sehr, sehr schön ist. Ich meine, schaut euch den Pool an und vor dem Abendessen ging es dann noch ins hauseigene Fitnessstudio, bevor es dann chillig an die Bar und zum Abendessen weitergingen. Am zweiten Tag haben wir dann ausgeschlafen und dann das reichhaltige und gesunde Frühstück im Hotel Gerl genossen und ja. Ja und damit wir auch ein bisschen Abwechslung zum Relaxen haben, ging es dann nach Salzburg in die Stadt, die nur 15 Minuten vom Hotel entfernt ist, was absolut praktisch ist und ja. Dann ging es dann nur mehr in den Wellnessbereich und haben dann das leckere Abendessen. Die zwei Burger, die waren einfach nur